Austritt aus der Europäischen Union ist ein offenes Geheimnis, dass wir der Europäischen Union kritisch gegenüberstehen, natürlich. Aber wir sagen auch, dass eine bilaterale, multilaterale Zusammenarbeit überhaupt kein Thema ist. Im Übrigen ist das das letzte Mittel für uns auszutreten. Wir wollen die Europäische Union reformieren und danach, und jetzt hören Sie genau zu, und danach wollen wir das Volk befragen, ob wir drinbleiben wollen oder nicht. Wenn die Europäische Union so gut ist, fragen wir doch das Volk einfach. Das ist nämlich unser Ansatz. Weniger macht den Parteien, viel mehr basisdemokratische Elemente durch Volksabstimmungen und Volksentscheidungen. Dass Sie mein Argument gar nicht verstanden haben.